Hallo und gestern zurück zu Prison Architect, Folge Nummer 2 und so wie ich das sehe, kommt Prison Architect bei euch sehr gut an. Das freut mich natürlich, weil mir macht es im Moment auch sehr viel Spaß, das Spiel zu spielen und auf die ganzen neuen Sachen drauf zu kommen, die ganzen neuen Dinge zu entdecken und vor allem auch das Spiel ein bisschen zu lernen. Optimierungsbedarf gibt es immer, keine Frage, aber ich lese aus den Kommentaren auch raus, dass ihr da meiner Meinung seid, dass ein Teil vom Spielspaß einfach ist, auf die Sachen selber drauf zu kommen. Vielen Dank deswegen an der Stelle vor allem an die Prison Architect Veteranen, die da sehr viel Zurückhaltung üben, bin ich sicher und mit Tipps und Tricks in dem Fall bewusst etwas geizen. Das eine oder andere habe ich aber trotzdem gesehen und gelesen und setze das auch gerne gleich um, weil es ein paar Kleinigkeiten sind, die man durchaus machen kann, beziehungsweise auf die ich vielleicht gar nicht selber drauf komme, weil ich sie einfach übersehe. Räume umbauen werden wir auch eine ganze Menge, teilweise sind sie zu klein, wie hier der Versorgungsraum, teilweise zu groß, wie der hier. Also da kommt sicher noch einiges an Umbau auf uns zu, da müsst ihr euch darauf einstellen. Umbauen einer meiner Lieblingsbeschäftigungen und im Moment haben wir ja ein kleines Gefängnis, da genügen kleine Räume, wobei das ist jetzt nicht unbedingt klein, wie gesagt eher zu groß, aber den können wir zum Beispiel umfunktionieren in irgendwas anderes später, in eine Schule vielleicht oder in eine Werkstatt oder ähnliches. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an, lassen wir es mal ein bisschen laufen und ich werde gleich hier anfangen ein paar Sachen auszubessern, nämlich hat es geheißen, es würde durchaus genügen, wenn man hier am Eingang nur die Abflussrohre macht, beziehungsweise, wie heißen sie, die Abflüsse, genau, die wir auch noch demontieren. Vielleicht machen wir hier einfach so direkt vor die Tür und links und rechts von der Tür einen, das sollte, wie gesagt, langen, als wie außenrum, schwappen sich ein bisschen Geld und auch Platz. Können wir da noch Duschköpfe aufstellen, beziehungsweise ich glaube, die Duschköpfe könnte man sogar direkt über den Abfluss packen. Ja, Lampen müssen wir uns auch noch kümmern, die sind nicht gerade an den besten Stellen, könnte man natürlich direkt demontieren oder direkt abbrechen, die Montage schon während der Raum zusammengebastelt wird, jetzt in dem Fall machen wir es nachträglich. Und apropos demontieren, ich glaube, die Schreibtische muss ich auch demontieren, die stehen nämlich falsch herum. Ich bin mir nicht sicher, ob man die irgendwie drehen kann, ohne dass man sie abbaut. Da wäre ich auch für einen Hinweis dankbar. So wie jetzt, müssen wir halt warten, bis sie weg sind und sie dann einfach neu platzieren. Die kommen eh ins Lager. So, da fehlt noch ein Stückchen Wasserrohr in dem Fall und ein paar Stromkabeln, die wir auch noch brauchen. In die Räume, die noch nicht angeschlossen sind, hier rein zum Beispiel, hier und hier rein. Und da müssen wir auch noch ausbessern. Genau, die Spüle, die demontieren wir auch noch und bauen sie da an die Wand. Ich glaube, hier müsste man theoretisch noch ein Stückchen rausreißen, damit wir da einen Durchgang haben. Okay, was fehlt uns noch? Ein Hof. Den können wir für den Moment einfach da hin machen. Direkt zwischen rein. Der ist noch ungültig, weil nicht gesichert, ah ja, weil hier noch nicht zugebaut ist. Das sollte dann auch klappen. Und sonst braucht der Hof nichts. Allerdings baue ich da ganz gerne mal ein paar Dinge rein, damit sich die Gefangenen etwas unterhalten können, beziehungsweise ein wenig Freizeitgestaltung haben. Zum Beispiel, wo haben wir es denn? Gewichtsbänke. Ein oder zwei. Und vielleicht Telefonzellen. Dass sie mit den Angehörigen telefonieren können. Jemand hat auch gemeint, er baut das ganze Zeug an in die Kabine, in die Kantine. Vor allem die Telefonzellen, sogar Dusche und WC. WC halte ich für eine gute Idee, das können wir auf jeden Fall mal da reinbauen, dass die Gefangenen, während sie eben eine Mittagspause machen, wenn sie mit Essen schon fertig sind, zumindest ein paar Bedürfnisse sozusagen erledigen können. Dusche. Naja, wer weiß, können wir es noch überlegen. Für den Moment lassen wir es mal so, wie es ist. Da braucht man etwas zusätzlichen Platz. Eventuell, wenn wir das Ganze mal vergrößern, dann können wir hier eine Dusche oder zumindest ein WC mit einplanen. So, da wird man fleißig gebaut. Hier ist fast fertig. Toilette und Bank fehlt noch. Der Zaun steht, zumindestens jeden Moment. Dann ist der Hof auch gültig. Perfekt. Und die Büros können wir jetzt auch noch fertig machen. Da sollten wir jetzt die Schreibtische haben. Die müssen wir nur richtig rum aufstellen. So, und hier, wie mir nicht sicher, fehlt der Stuhl jetzt? Ja, der fehlt. Worum auch immer der abgebaut wurde. Ah, vielleicht, weil ich hier versehentlich den Stuhl demontiert habe und nicht die Lampe. Apropos, die müssen wir auch wieder aufstellen. So, erstmal der Stuhl, genau. Und die Lampen. Machen wir eine pro Büro. Und hier sollten eigentlich zwei genügen. Zumindest für den Moment. Okay, sehr gut. Da müssen wir die Küche noch fertigstellen. Da haben wir ja Spülbecken abgebaut. Da können wir uns hier auch das eine oder andere Wasserrohr sparen. Dann stellen wir das hier an die Wand. Okay, hat man das auch erledigt. Sehr gut. Da fehlt noch der Strom. Und dann wäre eigentlich alles vorbereitet für die ersten Gefangenen. Was brauchen wir noch? Zwei Wachen, zwei Köche. Nachdem es mittlerweile nach Mitternacht ist, können wir die auch einstellen. Dann sparen wir uns für einen Tag das Gehalt und eine Buchhalterin können wir uns auch schon leisten. Sehr gut. Dann hätten wir alle Aufgaben erledigt. Müssen wir eigentlich nur darauf warten, dass die Gefangenen kommen. Die neuen Insassen. In guten acht Stunden ist es soweit. Und dann werden, glaube ich, auch hier die Türen verriegelt. Momentan sind sie noch offen, weil einfach keine Gefangene in dem Bereich unterwegs sind. Ja, dann schauen wir uns an, würde ich sagen, was wir als nächstes so machen können. Das sollte man hier sehen. Subventionen. Eventuell einen Zellenblock aufbauen. Kapazität 15, wer da gefragt, heißt 15 Zellen bauen mindestens. Und was ich auch gerne hätte, ist hier die psychische, für das psychische und physische Wohlergehen sorgen. Ganz einfacher Grund, wenn wir hier schauen, bei den Bedürfnissen, da sehen wir momentan noch gar nichts, weil wir eben zuerst einen Psychologen brauchen und den müssen wir freischalten und da passend eben wäre hier diese Subvention. Ja, dann haben wir Zellenblock A gleich dazu. Dann haben wir ein paar neue, schöne Aufgaben. Also, Psychologe müssen wir vorher forschen. Entsprechend die Psychologie in sechs Stunden können wir ihn dann einstellen und den Zellenblock, den müssen wir planen. Problem, ich habe vorher kurz probiert, das Planungstool scheint im Moment nicht so zu funktionieren, wie es soll. Also zumindest sehe ich nichts. Entsprechend muss ich das Ganze wortwörtlich blind machen, was ein bisschen ein Problem sein könnte, weil, naja, meistens verzählt man sich irgendwo oder baut eine Wand zu viel oder zu wenig. Versuchen wir es mal. Also, Zellen sind Mindestgröße 2x3. Wir können sie theoretisch 3x3 einplanen. Etwas größer, wie gefragt. Und ich werde jetzt einfach da außerhalb hinbauen, vielleicht hier in dem Bereich, mit ein bisschen Respektabstand zur Kantine, falls wir die eventuell vergrößern, beziehungsweise will ich hier keinen Durchbruch machen, sondern eben außerhalb des Gefängnisses bauen, dann kommt unser Personal, unsere ganzen Arbeiter da auch besser ran. So, 15 Stück brauchen wir. Wie könnten wir das angehen? Theoretisch lassen wir das ein bisschen einen Gang frei. Würde man sagen, Breite 3. Dann können wir entweder die Kantine noch verbreitern oder wir bauen das Ganze sowieso später um. und das wäre jetzt sozusagen eine Zelle 3x3 inklusive Wände. Dann haben wir wieder 1, 2, 3 und eine Wand dazu. So, das habe ich jetzt verzählt. Also, doch, na passt schon auf 9 Meter. Dann hätten wir eine Zelle und eine Wand dazu. Dann 13 Meter wäre die nächste. 17 Meter die nächste und dann bei 21 die nächste. Sollen wir noch ein bisschen weiter rausgehen? Vielleicht auch 25. Warum nicht? Okay, und direkt daneben einen zweiten Gang nochmal ein paar rein. Ja, vielleicht lassen wir hinten frei, dass man hinten rumgehen kann. Und ein bisschen mehr Platz dazwischen. also statt 25 Meter machen wir nur 21. Dann können wir da hinten noch einen Gang reinmachen. Und hier machen wir dasselbe dann wieder mit 25. Ja, dann warten wir mal bis das fertig gebaut ist. Das wird eine Zeit lang dauern. Beziehungsweise können wir schon ein paar Eingänge reinmachen. oder warte jetzt mal das machen wir noch mal anders. Und zwar hier ist eh noch nicht angefangen worden nehme ich an. Hoffe ich mal. Oder ist schon angefangen worden? Nein. Gut, dann können wir es so machen. Das passt schon mit den 21. Aber statt 5 Meter breit 1, 2, 3 und eine Wand machen wir es so. Und da hinten den nächsten. Dann können wir hier das Ganze gleich doppelt ausführen. Ja, würde eine Zeit lang dauern. Neben dem Psychologen brauchen wir auch noch eine Krankenstation und zwei Ärzte ist die Frage wo wir das hinpacken. Eventuell hier in die Gegend. Da müssen wir nur schauen dass wir auch irgendwie das Ganze bauen ohne da Löcher reinzureißen. Wir können ja für den Moment mal hier abriegeln. So viel extra Ausgaben leiste ich mir. So, und wo brauchen wir da jetzt Eingänge? Ah, die Insassen kommen in zwei Stunden. Wir brauchen Eingänge und zwar zumindest mal hier, hier, hier und hier. Zellentüren im speziellen. So, Zaun ist gebaut. Dann können wir da für den Moment mal abreißen. Und dann setze ich das Gebäude direkt hier ran. Okay, das steht. und wir haben natürlich wieder vergessen die Lampen zu stornieren. Könnte man direkt abbrechen bevor sie gebaut werden. Da müssen wir es ein bisschen umständlicher machen und demontieren. So, die Insassen kommen. Die ersten acht Stück werden wir uns gleich anschauen. Schnappen uns mal einen und schauen mal ein bisschen durch. Der Duncan zum Beispiel verurteilt zu einem Jahr Haft für Spannerei und hat auch mehr oder weniger schon alles abgesessen. Ist auch selten. Das heißt, er wird in fünf Stunden schon direkt wieder entlassen. Auch nicht schlecht. War also nicht lange bei uns. Charakter, Ruf hat er mal keine bestimmten Erfahrungen. Er würde er natürlich erst machen, wenn er eine Zeit lang im Gefängnis ist, was in dem Falle nicht zutreffen wird. Und bei der Bewertung, da schaut es so aus, das ist ganz interessant, da sollte man ab und zu mal reinschauen, gibt es vier Werte. Die Bestrafung setzt sich zusammen daraus, wie lange er eingesperrt war. Umso länger eingesperrt, also prozentuell gesehen auf die Zeit, umso höher geht das rauf und wenn er eben freie Zeit hat oder ähnliches, dann geht die Bestrafung runter. Bei der Reformierung umso mehr Arbeit, umso mehr Bildung, umso besser. Sicherheit eingesperrt, Sicherheit geht rauf. unter schwerbewaffneter Aufsicht, wie es da heißt, oder unterdrückt, geht es auch rauf. Dafür, wenn er sich schlecht benimmt oder irgendwelche Zwischenfälle sind, Gewalttätigkeit oder ähnliches, da ist sogar Mord genannt oder Fluchtversuch, dann geht die Sicherheit runter. Und Gesundheit, kann man sich denken, gut ernährt, gut trainiert, geht es rauf und Sanktionen, Abzüge gibt es bei Verletzungen, Drogen, Alkohol und ähnlichen Dingen. Ja, die werden jetzt nach und nach da draußen abgeholt von unseren Wachen und zunächst mal hier reingebracht in die Übergangszelle. Jetzt ist hier auch zu, heißt, die Türen können nur geöffnet werden von Wachen, also wenn da einer rein oder raus will, so in dem Fall der Koch, dann muss er auf eine Wache warten. Im Moment trifft es sich eh ganz gut, weil die Wachen sowieso rein und raus laufen und die Köche kochen inzwischen auch schon das Mittagessen. Da können wir gleich noch was anschauen, was wir nicht so genau begutachtet haben bis jetzt. Das ist der, wo haben wir ihn denn? Der Tagesplan, genau. Freizeit ab 10 Uhr ist das nächste, was ansteht. Essen gibt es dann um 1 Uhr. Hofgang ist auch eingeplant und wir haben noch ein paar freie Slots hier, wo steht nichts. Da können wir zum Beispiel Arbeit einplanen oder die Häftlinge gehen in der Zeit auf Schulungen. Noch ein paar Dinge, die wir nicht gesehen haben. bei Subventionen waren wir schon. Programme, das sind eben dann die Schulungen, die kommen ein bisschen später. Finanzen werden wir auch ab und zu mal reinschauen müssen, ob wir auch wirklich Geld verdienen und Gefängniswert. Wir könnten das Gefängnis auch verkaufen und mit dem Budget ein neues starten, wenn man ein bisschen mehr Geld zum Anfang haben will. So, können wir schon den Psychologen einstellen? Ja, dann machen wir das mal, weil dann haben wir wieder was Neues zum Anschauen, nämlich die Bedürfnisse. Die sind ganz, ganz interessant und sind auch relativ schnell erklärt. Man sieht hier eben, wie stark die Bedürfnisse sind. Ah, da müssen wir noch aufsperren. Zum Beispiel gibt es momentan ein starkes Bedürfnis nach Hygiene, bei manchen sogar schon kritisch, das wäre der rote Bereich, bei manchen eben hoch, bei anderen Mittel und zufrieden ist fast keiner mit der Hygiene. Da sieht man eben acht Gefangene, alle wollen irgendwie Hygiene, alle wollen Kleidung, alle wollen aufs Klo, wollen was essen und schlafen und der blaue Balken beziehungsweise da oben der graue, das zeigt an, wie viele Gefangene sich gerade um das Bedürfnis kümmern, heißt einer befriedigt gerade das Bedürfnis Freiheit, einer Familie, der wird vermutlich telefonieren oder hat gerade telefoniert, da ist er telefoniert gerade mit zu Hause, einer Hygiene heißt der Duschtgrad und beim Essen kann man sich vorstellen, gehen dann alle zum Essen und befriedigen eben dieses Bedürfnis und da muss man eben regelmäßig reinschauen, damit da nichts zu hoch rauf geht, weil sonst gibt es Revolten oder ähnliches. So, haben wir alle schon abgeholt, einer wartet noch, sollte aber gleich soweit sein, so, da sperren wir mal überall auf, damit die Arbeiter nicht auf die Wachen warten müssen und demontieren mal die ganzen Lampen und dann werden wir hier Wände einziehen entlassen wollen wir niemanden das ist schon in der Box, okay dann werden wir Wände einziehen und die Zellen anfangen einzurichten was wir noch machen können in der Zwischenzeit ist eine Krankenstation einplanen hier ist die Frage wo hier wäre eben ein bisschen Platz vorgesehen dann machen wir es vielleicht direkt da auch wenn es nicht unbedingt der beste Platz ist kommt das Ding mal hier hin vermutlich auch etwas zu groß aber wir können es ja unterteilen in zwei Teile machen wir eine Krankenstation und einen Personalraum brauchen wir eh bald so in einer Stunde gibt es Essen abgeholt sind alle sehr gut zumindest das schon mal geschafft dann demontieren wir die restlichen Lampen und dann ziehen wir hier ein paar Wände erstens mal da die Rückwand dann hier die Trennwand dann setzen wir noch ein paar Türen ein und zwar müssen wir schauen dass ich das richtig mache sonst mache ich vielleicht vorher die Wandplanung dann geht es weniger leicht schief so sehen wir gleich ob ich mich verzählt habe oder nicht aber da passt so wie es ausschaut da haben wir unsere Zellen da ist mal nichts so und da brauchen wir natürlich auch wieder die passenden Türen dann sollte man mal genug Zellen haben um die Aufgabe zu erfüllen müssen wir natürlich noch einrichten beziehungsweise erstmal definieren das machen wir dann gleich spuren wir mal ein bisschen vor dann gibt es Essen können wir hier zuschauen wie sie alle zum Essen gehen momentan alle hungrig außer einer so wie es ausschaut holen sich hier direkt was zum Essen und Speisen können wir da auch mit zuschauen wie eben das Bedürfnis zurück geht weil so ziemlich alle in der Kantine sind einer hat offensichtlich keinen Hunger der isst nix so da brauchen wir noch Eingänge da genügen für den Moment würde ich sagen zweimal eine Personaltür da kommen wir jetzt natürlich im Moment nicht zu da müssen wir da kurzzeitig aufmachen da unten dass wir so einen kleinen Eingang haben so hier wird auch fleißig gebastelt da werden wir mal die so abreißen wollte ich eigentlich nicht reißen wir das jetzt ab ich hoffe nicht die werden wir alle auf öffnen stellen dass solange hier Baustelle ist die problemlos rein und raus können darum sind hier noch keine eingesetzt dann können wir so langsam schon anfangen die Räume zu definieren ich glaube man kann sogar so durchziehen und der teilt das automatisch genau vorausgesetzt da sind Zwischenwände drin was noch nicht ganz überall der Fall ist so Türen auf da muss man noch einiges rein zum Beispiel ein Bett kommt da noch rein sehen wir eh und eine Toilette eventuell noch der eine oder andere Einrichtungsgegenstand der ein bisschen für Freizeitgestaltung sorgt vielleicht ein Bücherregal oder so so die wir auch öffnen dann habe ich da oben gar keine Wände bestellt ich glaube schon werden wir gleich sehen hier können wir jetzt auch schon jetzt hat man eh schon 16 Zellen das heißt wir haben schon einen guten Überschuss so eine Entlassung hat man glaube ich schon deswegen haben wir auch nur mehr sieben Gefangene da kommt bald eine Tür rein da ist der Block auch fertig und da oben wird auch schon fleißig gearbeitet sehr gut kann man es mal ein bisschen beschleunigen ja jetzt ist natürlich die Frage wie man es nach hierhin dann absichern da würde ich auch einfach einen Zaun machen da kommt noch eine Mauer rein und damit würde ich sagen großen Gefängnistüren ja und ich mache wieder denselben Fehler ich ziehe die Wand und setze dann die Tür ein ich weiß ich werde es mir versuchen zu merken so können wir da oben noch Zellen machen aus einer könnte man eventuell direkt eine Isolationszelle machen oder vielleicht sogar aus zwei falls wir ein bisschen härtere Strafen verhängen müssen so momentan Hofgang sind alle noch schön ruhig das passt das Ding steht auch und ich habe schon wieder vergessen die Lampen zu stornieren wobei in dem Fall sind sie eh halbwegs gut könnte man sogar nochmal teilen müssen wir allerdings schauen was wir da draus machen eventuell weitere Büroräume das überlegen wir uns noch würde ich sagen machen wir im Moment einfach da eine Tür rein und da findet man für später dann schon eine Verwendung also da brauchen wir jetzt überall da hat gleich irgendwas nicht geklappt oder doch da brauchen wir jetzt überall ein Bett und eine Toilette und natürlich auch Beleuchtung heißt wir werden auch Stromkabel verlegen müssen einmal hier einmal hier entlang und einmal hier das sollte eigentlich genügen und dann fahren wir da rauf Wasser brauchen wir natürlich auch da können wir direkt parallel fahren oder eigentlich übereinander in dem Falle so das wird auch eine Zeit lang dauern bis das steht dann kommen wir wieder hier zurück und definieren mal einerseits wo haben wir es denn ein Personalraum dass sich unser Personal ein bisschen ausruhen kann da haben wir es eh schon ein Angestellter ist erschöpft und braucht eben den Personal beziehungsweise Pausenraum und die Krankenstation wollten wir noch haben da müssen wir glaube ich vorher noch forschen und zwar Gesundheit Personalraum braucht ein breites Sofa und ein Getränkeautomaten mindestens dann werden wir das auch gleich ordern vielleicht gleich zwei Sofas da rein und ein Fernseher warum nicht ohne Getränkeautomaten so okay gut dann ist eh Zeit für eine Pause die nächsten Insassen kommen in 13 Stunden ich hoffe bis dorthin haben wir unsere Zellen fertig die bekommen wir dann auch gut unter und bis dahin wünsche ich alles Liebe als Gute bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao für Denk und Baba